Nummer 5 Kleiner Safe mit integriertem Alarm Sehr sicher, wenn der Tresor manipuliert wird oder drei falsche Code-Versuche unternommen werden, ertönt der Alarm. Mit Verriegelungsmechanismus und zwei LED-Anzeigen, grün für offen und rot für Fehler oder schwache Batterie. Er ist 31 cm tief, 31 cm breit und 20 cm hoch. Der Tresor kann an der Wand oder am Boden befestigt werden. Das Befestigungsset und die Anleitung sind im Paket enthalten. Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Nummer 4 Großer Safe mit integriertem Alarm Er ist 35 cm tief, 36 cm breit und 39 cm hoch. Im Lieferumfang enthalten sind zwei mechanische Schlüssel, vier AA-Batterien, ein Paket mit Schrauben zur Befestigung des Tresors an der Wand oder am Boden sowie eine Bedienungsanleitung. Er wiegt etwa 10,5 kg. Der integrierte Alarm wird bei Manipulationen am Tresor oder nach drei falschen Codeversuchen aktiviert. Er verfügt über ein elektronisches Schloss mit über 100.000 Kombinationen, drei bis acht Stell-I-GEM-Code. Der Benutzer-Code kann aus Zahlen oder Buchstaben bestehen. Er verfügt über zwei LED-Leuchtanzeigen, eine grüne für offen und eine rote für Fehler oder schwache Batterie. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 3 Dieser passwortgeschützte Safe ist ideal für die sichere Aufbewahrung von Bargeld, Schmuck, Dokumenten, Pässen und vielem mehr. Der Tresor kann auf dem Boden oder an der Wand montiert werden und wird mit manuellen Schlüsseln geliefert, so dass Sie bei Bedarf jederzeit auf Ihre Sachen zugreifen können. Er ist aus Stahl gefertigt und verfügt über eine bewegliche Ablage mit einer weichen Matte, um Kratzer an Ihren Wertgegenständen zu vermeiden. Mit Korrosions- und Schmutz abweisender Pulverbeschichtung versehen. Er bietet ein elektronisches Schließsystem mit mechanischer Überbrückung und eine integrierte Alarmanlage. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Nummer 2 Dieser Tresor mit integriertem Alarm besteht aus einer soliden, verstärkten Stahlwandkonstruktion. Sicherheitstürverriegelungen und eine Korrosions- und Schmutz abweisende Pulverbeschichtung sorgen dafür, dass der Safe sicher ist. Er verfügt über eine bewegliche Ablage und Matten, die Kratzer an Wertgegenständen verhindern. Einfach zu montieren. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 1 Ausgezeichneter Tresor mit integriertem Alarm Er ist mit einem elektronischen Schloss und einem Schlüsselschloss ausgestattet. Das Schloss ist hochsicher. Das komplette Set zur Sicherung des Tresors ist in der Verpackung enthalten. Dies ist ein elektronischer Tresor mit einem sicheren, diebstahlsicheren Passwort. Ein hochwertiges, praktisches und sicheres Produkt zum Schutz von Schmuck, Uhren und wichtigen Dokumenten. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Das ist ein elektronischer Tresor mit einem elektronischen Schloss. Das ist ein elektronischer Tresor mit einem elektronischen Schloss.